Normalerweise, wenn wir Physiotherapeuten Clips angucken, geht es immer um die Gesundheit unserer Patienten. Heute geht es mir um uns, nämlich um unsere Handgesundheit. Ich bin Kerstin und ich habe den Klimi entwickelt. Spätestens nach zehn Jahren hat jeder zweite Physiotherapeut Schmerzen in den Händen. Es ist manchmal das Daumensattelgelenk, manchmal die Fingergelenke. Und wenn man sich mal überlegt, wie viel Belastung auch bei jedem Patienten auf unsere Fingergelenke kommt, dann ist das natürlich auch kein Wunder. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Hände regelmäßig entlasten. Und jetzt ein kleiner anatomischer Exkurs. Wenn unsere Hand entspannt liegt, dann zeigt sich ein Längsgewölbe und ein Quergewölbe. Ich zeige das mal hier. Der Karpus bildet das Quergewölbe der Hand. Und wenn das Quergewölbe der Hand stabil ist, dann ist das die beste Basis für ein stabiles Daumensattelgelenk. Und genau das brauchen wir Physiotherapeuten. Um das Quergewölbe effektiv zu entlasten, bietet sich der Klimi an. Ich lege ihn in die Hand mit der Nase auf 6 Uhr. Und dadurch habe ich während der Behandlung eine optimale Unterstützung meines Quergewölbes. Am Patienten sieht das Ganze so aus. Ich setze den Klimi an. Und behandle anstatt mit meinen Fingern mit der Klimi-Nase. Meine Hände sind komplett entspannt. Kein Druck auf den Fingern. Und mein Quergewölbe wird unterstützt. Schützt euer wichtigstes Werkzeug, eure Hände. Nehmt den Klimi. Ich sehe auf dem possibiliteten der Körper. Vielen Dank.